Hallo und herzlich willkommen liebe Leute hier in einer weiteren Folge Drakensang Online und ich bin immer noch hier in Königskrypta. Ja ich muss jetzt kurz lachen wegen Crystals, der will eine Scheiße in den Rund machen. Muss schon sagen hier Königskrypta ist auf jeden Fall nice, aber die Viecher die stecken so viel ein, das ist ja nicht mehr normal. Zack. Die Bogenschützen jetzt nicht so viel, aber doch schon reichlich sag ich jetzt mal. Jo da ist einfach wieder so ein Endboss. Penis alter. Ja sicher. Wie viele sind denn hier? Da läuft man ja durch. Oh nein, 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 nein. Oh shit. Leute, Alter. Oh mein Gott, da kann ich hier nur durchschießen. But dieser Pisser, mächtiger Nefetari Totenerwecker. Ach so, er macht die ganzen Pisser hier hin ey. So jetzt haben wir ihn. Batz, 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 zack. So was war da? Verbesserter aber noch irgendwas? Wie hieß das? Ne, es bringt einfach nichts hier. Behalten wir aber trotzdem mal kümmern für viel Geld. Boah, doch nicht so viel. Nö. Gucken, wenn wir Platz brauchen, können wir rausklüppeln. Ey, was ist das, Mann? Wo kommen die denn alle her? Das ist ja nicht mehr normal. Hier ist einfach noch so einer. Unglaublich. Woher? Junge. Ich gehe drauf hier. Da oben kommen wieder welche. Unglaublich. Komm mal. Ah, jetzt verpissen sie sich, ne? Ihr Wichser. Alter, nein. Alter, ich bin gleich so was von am Arsch, ne? Das ist schon so was von klar. Digga, ich bin so tot. Warte. Jo, jetzt kommt er. Alles klar. Jetzt kann ich sowieso direkt die Kugel geben. Guckt euch den mal an. Okay, der ist doch gar nicht so stark. Der ist gar nicht so stark, ich dachte. Batz, Batz, direkt nur ein. Du kriegst auch noch direkt ein hinterher, der hat den Löffel. Batz, weg mit dir. So. Da liegt auch noch ein bisschen, uraltes Wissen. Meine Fresse, Alter. Och, Junge. Jo, hier ist der Nächste. Alles klar. Jo, hier ist der Nächste. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Gott sei Dank. Leckt mich einfach noch an. So, nur den langen Weg hier. Da verfolgen mich so ein paar kleine Pisser. Batz. Puh. Fast die Hälfte haben wir jetzt. Wann 15 noch? Äh, schon. Jo. Ich verfehle den Schuss einfach. Ja, da kommt wieder so ein Pisser, ey. Unglaublich. Wie viel kann er denn einstecken? Diese kleinen Krieger da. Allein er kann so viel einstecken, Mann. Ist doch unglaublich. Guck euch das mal an, ey. Jo. So. Alles klar. Wie viele kommen denn hier? Bitte. ooh. Ho. Jagdring so jetzt gucken wir mal hier zack zack er bringt uns nix weg damit der bringt uns theoretisch auch nix guck mal kurz jetzt kommt wieder welche man da kommt direkt 2 von den großen never nicht im ernst oder weißt du was die richtige Pisser alter jetzt können wir mal kurz gucken brauchen wir noch 10 was ist er denn? ach du scheiße ach du scheiße oh 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 wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das alles klar ich mach dem gar keinen schaden leute ich mach dem null schaden tot alter leute da geh ich nicht noch mal hin der öst mich ja sowas von und da müssen wir das müssen wir machen moment mal jetzt gucken wir noch mal kurz die dingens hier nimm den grabhalle wir müssen den töten scheiße alter der macht einen schlag wir sind weg ach shit alter hier kommen wir da 30.000 von denen alter wir müssen uns jetzt hier ein level hochhauen wenn wir das schaffen jo alles klar darum ist einfach wieder so einer 69.000 ep haben wir oh das wissen jetzt kommt hier der typ hier runter ne wo ist er da ist er das machen wir jetzt mittlerweile locker ach hier ist ne tor was war da drin dietrich und dietrich ne wir können uns jetzt hier nicht hochklöppeln das dauert viel zu lange wir müssen halt jetzt einfach nochmal versuchen warum nicht sind jetzt keine mehr das würde alles vereinfachen und er wartet einfach da auf uns jo alles klar okay 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 den haben wir ich habe ich höre dich ich höre dich ich höre dich ich höre dich geht alles kaputt entweder full life ich mache dem gar keinen schaden leute den kann ich gar nicht stunnen ich mache dem 10 schaden alter der ist immun der hohen und einfach nur die Leute, 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 Leute. Wir haben es untersucht, wir haben es untersucht. Okay, wir haben es untersucht. Abhauen, abhauen, abhauen. Oh Gott sei Dank. Wir haben es untersucht, oder? Haben wir es jetzt geschafft? Was, nimm den Hinweis vom... Warte, wer, wer ist das? An der Brücke. Ich höre die Ketten schon wieder, das reicht schon wieder. Da ist er wieder. Wie viele sind denn hier? Mama, Mama, Mama. Leute, wenn der jetzt einfach hier gleich kommt, ne? Dann bin ich einfach sowas von instant tot. Jo, Alter, wahrscheinlich. Fahm, Alter. Komm, 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 komm Die kommen einfach von überall Diese Totenerwecker Ist der Wahnsinn, ehrlich Ohne Scheiß, Leute Ich bin einfach jetzt sowas von tot Ich renne einfach, Leute Jo Jo Ich bin tot Komm, los doch hin Ich bin tot Leute Leute Oh mein Gott, ey Gott, ey, die gehen mir richtig auf den Piss, ohne Mist Ja, ey, die gehen mir nicht auf den Piss, ohne Mist Okay, Leute Das war Alles klar Oh, ne, das mach ich noch kurz hier Leute, das muss ich Das muss ich noch kurz machen Ich konnte jetzt gerade die ganze Zeit einfach nicht labern Das ist einfach so Heldenerwecker Ich schließe jetzt dein Ernst Oh Leute, Mann Oh Leute, Mann Ich werd mir da drauf gehen Alter, yo Komm, 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 live, 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 live Heldenerwecker einfach Heldenerwecker, Leute, das muss man sich mal geben Ich überziehe, aber das ist egal, weil das einfach mega geil ist gerade So, ich bin wieder full Bat So, jetzt kommen die nächsten Nice, jetzt haben wir die dahinter So, jetzt noch die hier, den hier Leute, ey, wie viel kann der denn einstecken, Alter Endlich Ey, was, er trifft mich einfach Ja, ich bin wieder So, Inventar. Kurz gucken hier. Boah, Leute, ich konnte jetzt gerade überhaupt nicht labern, ne? Das ist so krass, das... Alter. Wie das einfach einpackt hier, ne? Das ist unglaublich. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir von dem einen Typen hier... Ich meine, das haben wir, Töte... Ja, okay, einen davon müssen wir noch. Aber wo wir diese eine Quest hier machen müssen, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Das ist nämlich hier vom Neferati-Wächter an der Brücke. Soll ich den Hinweis nehmen? Ich weiß aber nicht, welchen Hinweis. Und ich überziehe einfach dermaßen. Deswegen mache ich jetzt hier an der Stelle Schluss. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und ciao.